Yo Leute, heu... Scheiße, ey. Beruhigend. Okay, ich muss an Brot denken gerade. Ist mein Headzeit überhaupt an? Ich rede schon wieder die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht. Ne, ist an. Also nochmal von vorne. Yo... Geht nicht. Überstimm mal den Teil. Heute, ein ganz normaler Teil Battlefield. Ist Montag, aber ich muss arbeiten. Nix mit trinken und gelaufen sein. Aber ich glaube, das wird auch eine sehr gute und lustige Runde. Und ich muss mal eben nochmal hier mein Headset gucken. Ich weiß nämlich nicht, ob man mich gut hört. Ich habe mir nämlich die letzten Videos von mir angeguckt. Und man hat mich nicht gut verstanden. Das ist ja nicht Sinn der Sache, dass ich die ganze Zeit laber, laber, laber. Und man mich nicht versteht. Nicht wahr. So. Wann gehen wir denn mal? D blinkt. Wir werden mal versuchen, D... ...Zug zu holen. So. Oh. Ich glaube aber... Ich glaube nicht. Ich weiß, dass es am Samstag oder vielleicht am Freitag. Oder Freitag und Samstag sogar. Ja. Ich will jetzt nicht zu viel versprechen. ... 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 wyr ... ... ... Und ähm, ja, ich musste über mich selbst lachen, was mir eigentlich auch sehr gut tut, momentan, aber wie gesagt, hier gibt es ja dieses Let's Play Drunk, wow, Let's, ja komm, alter. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Achso, genau, da gab es ja dieses Let's Play Drunk Teil 3 mit Liebeskummer. Und ähm, ja, ich hab den Faden verloren. Ähm, ich hab den Faden verloren. Nein, steig ein, korrekt. Warte mal, ich muss überlegen, Let's Play Drunk, Liebeskummer, ach genau, ja, okay, lol. Und ich hab halt nur mich selbst gedacht, so, und ähm, ja, das tut mir halt in diesem Moment gut. Dann lässt sich die Olle auch leichter vergessen. Und, ja, nicht schlecht. Aber, gar nicht drüber Quatsch, nee, dann kommt die wieder in den Kopf und dann denkt man eben immer nie. So, einfach am Brot denken, Brot ist immer gut. Wie gesagt, ich warte immer noch auf die Kommentare, ich hab zwar nur drei Abonnenten, aber, ähm, ja, vielleicht wär's ja immer noch mehr. Muss ja nicht übertreiben sofort. Aber selbst für euch drei Abonnenten nehm ich jetzt dieses Video auf. Bin ich nicht nett. Ich würde auch mal gucken. Ich hab ja letztens, ähm, die Petit-Demo da von diesem Silent-Tilt, von diesem Silent-Tilt-Spiel da gemacht. Dann hatte ich ja eine längere Pause. Und ich schaue jetzt mal, dass ich zwischen den einzelnen Uploads nicht mehr so ne lange Pause habe. Ich weiß nicht von dir ist ein feindlicher Scharfschütze. Ob ich jeden Tag ein Video hochladen kann, weiß ich nicht. Versprechen kann ich nix. Ich brauch ne Mechaniker. Ein gut, ein Video. Äh, ein Video, 15 Minuten, weil die Playstation 4 kenne ich länger aufnehmen. Und ich weiß nicht, ob ich ne neuen Laptop, keine Ahnung, ob da alles so drauf ist. Wow, stimmt nicht. Woher hat mich gesehen. Sehr gut. Ähm, ich hab wieder Faden verloren. Nein, 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 oh mein Gott. Ähm, ein Video, 15 Minuten. Äh, aber ich will halt eine ganze Runde aufnehmen. Und ich glaube nach Runde so 15 Minuten, das klappt dann irgendwie nicht. Also werden's halt am Tag zwei Videos werden. Das eine halt 15 Minuten, das andere ein bisschen kürzer oder vielleicht auch mal länger. Jawoll, du bist it. Bei Battlefield weiß man das halt nie, ne? Aber es wird ja nicht nur Battlefield gezockt. Weil, wie gesagt, Donnerstag. Ja, 23 oder viermal. Ja, Donnerstag, genau, kommt ja FIFA 14 raus. Dann wird das natürlich auch gezockt. Ich bin zwar kein guter FIFA-Spieler. Da gibt es andere Leute, die das richtig bekönnen. So eine Grüße an Herrn Torben. An den Bubblemann. Das ist ne süchtige Zaun-Piefer. Da hat man keine Chance. Ich hab mir gegen ihn gezockt. Und ich glaube, ich hab immer im zweistelligen Bereich verloren. Also das macht auch keinen Spaß dann. Ja, und am 8. Jetzt haben wir den September haben wir gerade, ne? Ja. Oktober ist ja dann sowieso der Monat, wo die ganzen Spiele rauskommen. Am 8. Oktober kommt dann das Drive Club. Endlich. Freu ich mich drauf. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das wieder verschoben worden ist nach vorne. So, Evil Resin. Ich mein, das wurde verschoben. Oh, da hinten ist das nicht wahr. Ich glaub, das wird verschoben von 17. Also, was heißt verschoben? Vorgezogen. Von 17. auf den 14. Oktober. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Das wird dann auch... Wow. Keine. Ähm, das wird dann natürlich mit großer Erwartung von mir erwartet. Und dann auch gezockt. Freu ich mich drauf. Wenn das so wird wieder wie so ein altes Resident Evil. Hm. Dann wird das was. Was kam denn noch? Ach, Oktober. Da kamen so viele tolle Spiele. Ja. So. Wir haben jetzt... 17.46 Uhr. Um, äh, 19 Uhr kommen dann auch mal die anderen Clan-Gleer. Ich hoffe mal, dass ich dann überreden kann, ähm, dass wir dann nicht in diesem Kuchen-Chat von der Playstation sind, sondern dann im In-Game-Chat, dass ihr die dann auch mal hören könnt. Weil das ist ja doof, wenn ich dann da die ganze Zeit am rumlachen bin oder wir uns gegenseitig fertig machen. Ähm. So. Das ist ein Punkt. Und hier. Ich muss mal gucken. Ich spiele auch mit dem Kollegen in Leech of Legends, wie ich das dann mit meinem Lab-Kippin bekomme. Ähm. Wie ich das am besten aufnehmen kann. Ich hab zwar so ein Programm noch mal nicht. Ich muss mal eben gucken, wie das heißt. Ähm. So viele Fenster gerade auf. Schließen, schließen, schließen. Ja. Möchte ich. Danke. Was ist das? Ähm. Open-Roadcaster-Software. Ähm. Damit kann man angeblich aufnehmen. Ich hab mir die noch nicht so ordentlich durchgeguckt, die Software. Und mich damit befasst. Aber das werde ich dann mal irgendwann tun. Schauen. Wieso hat er jetzt seinen Fall schon nicht rausgeholt? Und er läuft weg, Alter. Jetzt weiß er ganz genau, dass wie ich ihn bin. Aber er hat's nicht mitbekommen. Und ähm. Ja. Wie gesagt. Dann, wenn ich mal ne Runde mit dem Helm spiele. Mit ihm. Er spielt jetzt Romitano gegen Gott, weil er gerade angefangen hat. Und das ist ja auch eigentlich egal. Ja. Dann werde ich da mal ne Runde aufzeichnen. Nicht wahr? Ich glaube, was ist das für ein Himmel? Oh. Oh. Eine 6. Ich war jetzt nicht. Ist ja auch egal. So. Okay. Das war wieder ein Fail. Na komm, bleib doch mal stehen, Alter. Da ist aber noch einer, der ist von uns. Da ist aber noch einer nach E gefahren. Der ist aber auch schon kaputt. Wie jung. Was ist denn los? Ich bin noch Zeug zum Tanken holen am Wochenende, ey. Wohl einen halben? Ne, ich hab mehr als einen halben Kasten und Bier noch. Oh, da ist noch einer. Oh, da ist noch einer. Oh, da ist noch einer. Ich hoffe mal, dass er mich jetzt nicht trifft. Gott sei Dank. Komm. Na, hier. Alles klar. Und Laserpeuter ausmachen, dann sieht er mich. O-Mann? Oh, oh. Oh, da ist schon wieder ein Piech. Werf. Scheiß, ich hänge fest, glaube ich, jetzt in der Ecke. Ich hänge fest, glaube ich, jetzt in der Ecke. Oh, da ist ja noch. Da ist ja nicht genau so. da ist einer ach, verdammt mich nochmal ich glaube, eine bessere Waffe gibt es nicht, ne, als die hier ich glaube, das ist die stärkste Pionierwaffe ja ah, die Ämter ist aber auch nicht schlecht mit der habe ich auch gerne gezückt ah, hier, siehste Werkzeug raus da nehmen wir wieder Minen rein ich habe gerade eine neue Tarnung bekommen, stimmt äh ich bin gerade verwirrt da unten, Tarnungen irgendein Laubblatt Laubblatt da, nein ja, guten Tag, Katze was los ne, der kommt da nicht mehr raus ja, das war es eins gewonnen gut ich mache dann an dieser Stelle wieder einen Cut ähm und dann sehen wir uns ja, siehste, kann man schon zwei, drei Videos am Tag machen, ne aber ich werde die nicht alle hochladen auf einmal das werde ich nicht tun ja, wie gesagt, ich mache hier einen Cut und ähm dann sehen wir uns gleich im nächsten Teil Belfeld 4 wieder wieder schauen, reingehauen die Untertitelung des ZDF, 2020